Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX startet erfolgreich erste kommerzielle Mondlandemission. Über Russland fällt das GPS aus. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden ein Modul zur Mondraumstation Gateway beisteuern und hoffen so auf eine Mondlandung. SpaceX testet Starship 24 und hat Probleme mit den Merlin-Triebwerken. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Seegrechtsstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Der Start des japanischen Hakuro-Airlanders mit einer Falcon 9 am Sonntagmorgen war erfolgreich. Der etwa eine Tonne schwere Lander samt Rover soll über mehrere Monate seine Flugsteuerung und Systeme testen. Sollte alles nach Plan laufen, könnte im April eine Landung erfolgen. Es wäre die, wenn denn dann erfolgreich, erste kommerzielle Mondlandung überhaupt. Mondlandung, selbst robotische, bisher nur den USA, der UdSSR und China gelungen. Am Montagmorgen um 9.22 Uhr MEZ ist von G-Quan aus eine lange Marsch 4C mit zwei Technologie-Erprobung-Satelliten gestartet. Am Dienstagabend ist zur besten Sendezeit eine Ariane 5 mit drei Satelliten für den geostationären Orbit von Kourou ausgestartet. Der Start der drittletzten Ariane 5 vor ihrem Ruhestand war ein Erfolg. Mit dabei auch der erste MTG-Wettersatellit der neuesten Generation. Am Mittwoch ist dann doch endlich die Su-K2-Rakete von Landspace zu ihrem Jungfernflug aufgebrochen. Es hätte der erste Orbitalflug einer Methalox-Rakete werden können. Da aber die Oberstufe versagte, kam es zu keinem erfolgreichen Orbit. Wie Space News berichtet, blieb eine geplante Triebwerkszündung der Oberstufe aus. Auch wenn sie noch nicht orbital ist, Landspace hat damit die erste kommerziell entwickelte Orbital-Rakete aus China mit Flüssigtreibstoffen gestartet. Wie schnell ein weiterer Versuch unternommen werden kann, ist mir leider nicht bekannt. Vermutlich wird aber die Terran A von Relativity nun der nächste Startversuch einer Methalox-Orbital-Rakete sein. Am Mittwoch ist um 19.25 Uhr MEZ eine Langermarsch 2D mit Yaungan Erdbeobachtungssatelliten von Xichang ausgestartet. Am Freitag, den 16. Dezember, wurde auch von Xichang eine Feststoff Langermarsch 11 mit Xi'an 21, einem Technologieerprobungssatelliten, gestartet. Auch am Freitag hat SpaceX für die französische Kness und die NASA mit SWAT, dem Surface Water and Ocean Topography Satellit, einen Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Startplatz war die Veneberg Space Force Base in Kalifornien. Nur wenige Stunden später, von der Ostküste aus, hat SpaceX seine Falcon 9 mit den Kommunikationssatelliten O3B, M-Power 1 und 2 gestartet für den Satellitbetreiber SES. Und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte SpaceX am Samstagabend eine weitere Ladung Starlink-Satelliten in den Orbit geschoben haben. Startzeit wäre 22.32 Uhr gewesen und Startplatz das Kennedy Space Center mit PET-39A. Okay, bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hier schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja, genau, unbedingt den Gerechtstarter abonnieren. GPS-Ausfall in Russland. Wie das Online-Magazin Wired berichtet, ist es in der vergangenen Woche in mehreren russischen Großstädten offenbar zu weitreichenden GPS-Störungen gekommen. Die Signalstörung erfolgte, nachdem die Ukraine Drohnenangriffe tief ins russische Hoheitsgebiet hineingestartet hatte. Das könnte auf Verteidigungsmaßnahmen seitens Russland hindeuten, die so eventuell auf GPS angewiesene ukrainische Drohnen die Orientierung erschweren sollen. Nach einer weiteren Verzögerung wird ABL seine RS-1 nicht mehr in diesem Jahr auf ihren Jungfernflug schicken. Während des letzten Startversuchs hatte das Team mit elektrischen Unregelmäßigkeiten der Avionik zu kämpfen. Da das Problem nur nach der Betankung auftritt, nicht bei Trockentests, könnte das Problem thermoelektrische oder thermomechanische Ursachen haben. Das nächste Startfenster würde dann am 9. Januar öffnen. Es ist Weihnachten und vielleicht möchtest du den deutschen Sprachraum mit Raumfahrtbegeisterung beschenken. In der Videobeschreibung kannst du Senkrechtstarter Schutzengel werden und den Kanal monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle Videos vorab und ohne Werbung. Und wenn du einfach spontan das Gefühl hast, dass du auf Senkrechtstarter ein gutes Video gefunden hast, dann kannst du auch dem Video einen super dalassen. Vielen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter da draußen und frohe Weihnachten. Apropos Weihnachtsgeschenke. Ja, großes Geschenk für alle Raumfahrtbegeisterten da draußen. Die NASA hat die Artemis 1 Mission erfolgreich beendet. Wir haben uns das am Sonntag auf Senkrechtstarter spontan live angesehen. Ja, wie zuerst das European Service Modul abgetrennt wurde und dann das Orion Raumschiff seinen Skip Entry durchgeführt hat, um letztendlich fast punktgenau, zumindest für eine Mondlandung, im Pazifik vor Mexiko zu wassern. Das Ende dieses Mondfluges, noch ohne Crew, fand damit fast auf den Tag genau 50 Jahre nach Apollo 17 statt, dem bekanntlich letzten Flug von Menschen zum Mond. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder losfliegen. Und nicht nur auf den Mond soll es gehen, sondern auch in eine Mondraumstation, das sogenannte Gateway. Laut Ars Technica sind die Vereinigten Arabischen Emirate seit über einem Jahr mit der NASA im Gespräch, um die Luftschleuse für das Gateway bereitzustellen. Ursprünglich sollte sich auch Russland an dem Projekt beteiligen, was aber vom vorherigen Roskosmos-Chef als zu amerikanisches Projekt abgelehnt wurde. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfolgen seit einiger Zeit ein ambitioniertes Programm, um Anschluss an die raumfahrenden Länder zu bekommen. Durch den Beitrag eines Gateway-Moduls und mit der Unterzeichnung der Artemis-Akkords, womit ja die Amerikaner im Weltraum Tatsachen schaffen wollen, würden sich die Vereinigten Arabischen Emirate für Flüge zum Gateway und vielleicht sogar für die Landung auf dem Mond qualifizieren. Das Crew-Raumfahrtprogramm der Vereinigten Arabischen Emirate, das wurde 2017 ins Leben gerufen. Im kommenden Februar wird Sultan al-Nayyadi dann mit der Crew-6-Mission zur ISS fliegen. Aber vielleicht nochmal zurück zum Mond. Am vergangenen Wochenende ist ja die Hakuro-R-Mission mit einer Föcke 9 gestartet. Der japanische Lander, der könnte die erste kommerzielle Landung ermöglichen. Mit dabei auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die einen kleinen Rashid-Mondrover mit auf den Lander gegeben haben. Alles noch robotisch, diese Landung. Für eine Landung mit Astronauten wären Anzüge ganz cool. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, ist die NASA sehr zuversichtlich, was die kommerzielle Entwicklung von Raumanzügen sowohl für die ISS als auch für die Artemis-Mondlandungen angeht. Die beiden ausgewählten Firmen Axiom und Collins könnten auf das NASA-Know-how aufbauen und die bisher durch die NASA durchgeführte Entwicklung des X-EMUs nutzen. Axiom soll bis Ende 2025 zwei flugtaugliche Anzüge liefern. Laut NASA geht man davon aus, dass beide Firmen, also Axiom und Collins, ihre Zeitpläne einhalten werden. Große Aufregung an der ISS. Am Donnerstagmorgen, den 15. Dezember, wurde ein externes Leck am russischen Soyuz-MS-22-Raumschiff entdeckt. Die vermutete Leckquelle ist der externe Kühlkreislauf der Soyuz. Die Kosmonauten Sergej Prokowiev und Dmitri Petylin bereiteten sich auf einen Weltraumspaziergang vor, als Mission Control gegen etwa 2 Uhr morgens MEZ-Flüssigkeiten in Stationsnähe bemerkte. Das Leck, das in Form eines Partikelstroms aus der Soyuz heraus auch im NASA-Livestream zu sehen war, konnte dann als Leck des Kühlkreislaufs identifiziert werden. Die beiden Kosmonauten setzten ihre Vorbereitung für den Weltraumspaziergang zwar fort, blieben aber in der Luftschleuse, während dann Ingenieure am Boden das Problem weiter analysierten. Der Weltraumspaziergang wurde dann aber um etwa 4 Uhr morgens MEZ abgebrochen. Wie ihr hier auf der Superanimation von Jared sehen könnt, besteht die Soyuz aus drei Teilen. Dem Landemodul, dem Orbitalmodul und dem Servicemodul. Zurück kommt nur das Landemodul. Das Leck befindet sich vermutlich an einem der Radiatoren am Ende des Servicemoduls. Man kann ja schon gut die Kühlschlangen unter der weißen Oberfläche erahnen. Neben dem Antrieb der Tanks für Treibstoff und Sauerstoff sind auch die Batterien im Servicemodul untergebracht. Wenn dich das Soyuz-Raumschiff mehr interessiert, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Jareds hervorragenden Videos über die Soyuz. Die Soyuz MS-22 ist an das RAS-Wettenmodul der Internationalen Raumstation angedockt und soll eigentlich am 23. März 2023 die Kosmonauten Sergej Prokowjev und Dimitri Petelin sowie den NASA-Astronauten Frank Rubio zurück zur Erde bringen. Es gibt aktuell für sie keine Alternative im All. Wenn das Raumschiff trotz des Lecks für die Rückkehr geeignet ist, könnten sie eventuell die Station vorzeitig verlassen. Keine Kühlung im Weltraum, das ist eine ziemlich ernste Sache. Natürlich für die Astronauten, aber auch für die Elektronik und die Systeme der Soyuz. Das Leck wurde nicht aktiv verschlossen, sondern wurde, soweit wir wissen, erst gestoppt, als kein Kühlmittel mehr in diesem Kreislauf vorhanden war. Es wurde dann mit dem europäischen Roboterarm, der am russischen Segment der Station befestigt ist, das hintere Ende der Soyuz untersucht, wo sich ja wie eben beschrieben die Radiatoren am Servicemodul befinden. Das brachte jedoch bisher keine Erkenntnisse und soll jetzt noch an diesem Wochenende durch den Kanadarm wiederholt werden. Wie Scott Manley in seinem Video kurz nach dem Zwischenfall berichtete, befindet sich die ISS aktuell im High-Beta-Modus. Das heißt, sie wird während ihrer gesamten Umlaufzeit von der Sonne voll beleuchtet. Das könnte ein Grund für das Leck sein, aber aktuell wichtiger könnte es zum Überhitzen der Soyuz-Systeme führen. Die größte Sorge aktuell für die Rückkehr der Astronauten wäre die Überhitzung der Flugcomputer an Bord der Soyuz. Ohne den Flugcomputer müssten die Manöver zum Wiedereintritt manuell durchgeführt werden, was zwar möglich ist, aber ein Sicherheitsrisiko darstellt. Weiter stellt sich die Frage, was die Beschädigung ausgelöst hat und ob andere Komponenten der Soyuz schon beschädigt sind. Wenn die Soyuz wegen der Beschädigung nicht für eine sichere Heimkehr geeignet ist, könnte Roskosmos auch die nächste Soyuz MS-23 ohne Crew autonom zur Station schicken. Aber das ist aktuell nur Spekulation. Die Mission war ja eigentlich erst für März geplant. Ich erwarte aber für Montagabend eine NASA-Pressekonferenz, die über die aktuelle Situation informiert. Kommen wir zu den SpaceX-News. Ich hatte letzte Woche schon über mögliche Triebwerksprobleme an der Falcon 9 berichtet. Ja, jetzt wurde durch die NASA bestätigt, dass sich der Start des SWOTS-Athleten wegen feuchter Triebwerke verzögert hat. Nachdem die Falcon 9 auf der Startrampe in der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien angekommen war, stellten die SpaceX-Teams Feuchtigkeit in zwei Merlin-Triebwerken des Boosters fest. Das Problem scheint aber mit dem erfolgreichen Start am Freitag gelöst worden zu sein. Und was macht das Starship-Programm? SpaceX hat eine tolle Drohnenaufnahme des aktuellen Static-Fire-Tests des Starship-Prototypen 24 geteilt. Eine sehr ungewöhnliche, aber auch sehr geile Perspektive. Getestet wurde aber nur ein einzelnes Raptor-Triebwerk. Dass wir mit ziemlicher Sicherheit keinen orbitalen Startversuch mehr des Starships dieses Jahr erleben werden, ist glaube ich ausgemacht. Dennoch wird sowohl in Boca Chica als auch in Florida weiter an den Startanlagen gearbeitet. Ja, in Florida sogar direkt schon an der dritten, bevor überhaupt die zweite in unmittelbarer Nähe der Falcon-Start-Trampe am PET-39A fertig ist. Deutlich näher dran als ein Starship-Start sind die Starts der kommenden Woche. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 19. Dezember, steht der erste Start von Rocket Lab aus den USA an. Die Mission hat den treffenden Namen Virginia is for Launch Lovers. Am Mittwoch, den 21. Dezember, startet die europäische Vega-Ziel zu ihrem ersten Flug nach ihrem Jungfernflug. An Bord zwei Erdbeobachtungssatelliten aus dem italienisch-französischen Satellitenprogramm Orfeo. Ich kann mich ja hier mal als Opernliebhaber outen. Orfeu ist, das war der Dude, der sich nicht nach seiner Geliebten umdrehen durfte und dann doch hingeschaut hat und sie dadurch für immer verloren hat. Ja, interessante Namensgebung für einen Dual-Use-Satelliten, für unter anderem militärische Aufklärung. Aber vielleicht bezieht sich das ja auch auf den schönen Gesang von Orfeu, der ja sogar die Herzen der Götter erweicht haben soll. Ke faro senza i oridice! Geplante Startzeit ist um 2.47 Uhr MEZ von Kuru aus. Hier geht nochmal ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung und auch die Interviews in voller Länge. Ihr helft wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen, um für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Maum. Dein Maum. Weekendvoorium. Рund5.